Leona und Simon lebten und arbeiteten in Moskau in Russland. Sie hatten gut bezahlte und stressige Jobs. Durch ihre Arbeit lernten sie sich auch kennen. Leona war Markenvertreterin für das Unternehmen für das sie beide arbeiteten, und Simon war im Verkauf tätig. Und wie es der Zufall wollte, liefen sie sich bei einem Treffen über den Weg. Es hat von Anfang an gefunkt. Simon gefiel wie schön sie war, und wie locker und entspannt sie zu sein schien. Und Leona konnte Simons schelmischem Charme nicht widerstehen. Schon bald trafen sie sich wieder und wieder. Bis sie eines Tages ein Paar wurden. Simon und Leona waren wirklich ein Powerpaar. Sie beherrschten das Geschäft, in dem sie arbeiteten. Sie lebten in einem großen, schicken Haus, fuhren Luxusautos und besuchten verschwenderisch teure Partys. Sie lebten wirklich in Saus und Braus. Aber nichts war mit dem Tag zu vergleichen, an dem Leona erfuhr, dass sie schwanger war. Sie und Simon hatten nicht unbedingt versucht, schwanger zu werden. Aber jetzt, wo sie schwanger war, waren sie überglücklich. Sie würden in der Lage sein, ein Baby in ihre perfekte Welt zu bringen, und ihre Familie würde komplett sein. Doch gerade als sich Leona und Simon darauf freuten, ein Kind zu bekommen, passierte das Unglück. Das Unternehmen, für das sie beide arbeiteten, brach plötzlich zusammen. Dem Unternehmen ging das Geld aus, was bedeutete, dass alle Mitarbeiter, einschließlich Simon und Leona, buchstäblich über Nacht arbeitslos wurden. Das war ein verheerender Schlag. Und ihr Ballon platzte ganz unerwartet. Es dauerte nicht lange, bis das Paar finanziell am Ende war. Sie konnten nicht mehr an den Partys teilnehmen, die sie früher veranstaltet hatten, oder in die Lokale gehen, in die sie früher gegangen waren. Sie mussten sogar ihre große Wohnung aufgeben und in ein kleineres Haus außerhalb der Stadt in der Nähe des Waldes ziehen. Es war ein trauriger und furchtbarer Absturz. Aber Leona und Simon gaben nicht auf. Denn sie wollten, dass ihr Baby eine Chance auf ein glückliches Leben hatte. Also zogen sie in ein kleines, abgelegenes Haus und verdienten vorübergehend Geld mit Gelegenheitsjobs. Obwohl die Familie zu dieser Zeit über kaum Geld verfügte, waren sie nicht unglücklich. Im Gegenteil. Das Ehepaar merkte, dass es im Leben mehr gab als nur Geld und Reichtum. Sie schätzten die nette Nachbarschaft, die sie so aus der Großstadt nicht kannten, und lernten die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Simon fing außerdem an in den nahegelegenen Wald zu jagen. Es gab viele Rehe in der Gegend und das Fleisch war sehr schmackhaft und reichte mehrere Wochen. Doch eines Tages begegnete der Mann einem Tier, mit dem er nicht gerechnet hatte. Ein riesiger, hungriger Wolf. Es schien, als hätte der Wolf dasselbe Wild wie Simon gejagt, aber das Geräusch seines Gewehrschusses hatte ihn erschreckt. Das Tier starrte ihn durch die Bäume an. Doch anstatt seine Waffe auf ihn zu richten, tat Simon etwas Unerwartetes. Er bot dem Wolf das erlebte Tier an. Er brauchte es offensichtlich dringender als er selbst. Der Wolf beschnupperte den Kadaver und sah Simon dankbar an. Dann schleppte er das Fleisch in die Tiefen des Waldes. Simon war schon auf dem Wald gewesen, aber hatte den Wolf noch nie gesehen. Es muss eine Zufallsbegegnung gewesen sein, aber es war eine, an die er sich für den Rest seines Lebens erinnern würde. Einige Monate später begann Simons Handy zu klingen. Es war Leona, die Wehen hatten eingesetzt. Als Simon ins Krankenhaus eilte, hatte Leona bereits ein wunderschönes Mädchen zur Welt gebracht. Simon war voller Ehrfurcht vor diesem kleinen Menschen, den sie geschaffen hatten. Er war noch nie so glücklich gewesen, nicht einmal als sie reich waren und ihr wunderbares Leben lebten. Dieses kleine Mädchen war jetzt sein Lebensinhalt, und er und Leona würden sie gut aufziehen. Sie nannten ihre Tochter Kira. Das Paar kümmerte sich gut um ihr Kind. Sie fütterten sie, iegten sie und waren die besten Eltern, die sie sein konnten. Doch als Simon eines Tages mit Kira im Kindersitz unterwegs war, geschah etwas Tragisches. Es war ein stürmischer und windiger Tag. Plötzlich fiel ein Baum direkt vor das Auto. Simon hatte nur wenig Zeit zu reagieren und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen den Baumstamm. Das Auto überschlug sich, und der Mann schlug mit dem Kopf gegen die Scheibe. Als das Fahrzeug zum Stillstand kam, wurde er ohnmächtig. Als er aufwachte, war er ein wenig benommen und verwirrt. Glücklicherweise hatte er keine ernsthaften Verletzungen erlitten, und er schaute schnell zu Kira hinüber, um sich zu vergewissern, dass es ihr auch gut ging. Doch sie war nicht da. Wo war sie nur? Was war passiert, während er bewusstlos gewesen war? Panisch kletterte Simon aus dem Wrack und suchte nach seinem neugeborenen Baby. Doch es gab keine Spur von ihr. Simon griff nach seinem Telefon und rief Leona an, um ihr mitzuteilen, was gerade passiert war. Sie wählte sofort den Notruf und eilte zu der Unfallstelle, um nach ihrem Baby zu suchen. Als die Sanitäter am Unglücksort eintrafen, weigerte sich Simon, sich behandeln zu lassen. Alles, was ihn interessierte, war sein kleines Mädchen zu finden. Sie war noch so jung, schutzlos und unschuldig, und es brach Simon und Leona das Herz bei den Gedanken, dass sie irgendwo da draußen war. Die Polizei begann sofort damit, die Gegend nach dem kleinen Mädchen systematisch abzusuchen. Doch als die Nacht näher rückte, wurde klar, dass Kira nirgendwo zu finden war. Weder Simon noch Leona wollten sich mit dieser Antwort abfinden und suchten die ganze Nacht bei Wind, Regen und Dunkelheit. Doch der nächste Morgen brachte Antworten, mit denen niemand gerechnet hatte. Anstatt die Straßen abzusuchen, machte sich Simon auf den Weg in den Wald in der Nähe des Unglücksortes. Er suchte die unmittelbare Umgebung ab, bevor er sich immer weiter entfernte. Und als er in einem besonders dichten Waldstück suchte, entdeckte Simon etwas Entscheidendes. Die Decke in die Kira eingewickelt gewesen war. Er stieß einen panischen Atemzug aus. Warum war sie so weit draußen im Wald? Er lief zu ihr hin, hob sie auf und hielt sie an sich. Sie war nass und schmutzig, aber sie gehörte eindeutig Kira. In dem Moment hörte er ein Geräusch hinter sich. Langsam drehte sich Simon um und stand einem Wolf gegenüber. Aber nicht irgendeinem Wolf. Es war derselbe, dem er eine Woche zuvor begegnet war. Sein Herz sank. Aber nicht, weil er um sein Leben fürchtete. Der Grund, warum Simon sich so niedergeschlagen fühlte, war, dass dem Wolf ein Stück von Kiras Kleid aus dem Maul hing. Hatte dieser hungrige Wolf tatsächlich sein Baby gefressen. Er konnte den Gedanken daran nicht ertragen. Doch der Wolf wandte sich ab und ging langsam davon, als wolle er Simon auffordern, ihm zu folgen. Simon lief hinter ihm her und hatte Angst vor dem, was er finden würde. Wieder einmal schossen ihm die Gedanken durch den Kopf, dass Wölfe wilde Raubtiere waren. Und er hielt die Tränen zurück, als er dem Tier folgte. Doch als er um einen großen Baum herumging und in eine kleine Öffnung blickte, fiel Simon auf die Knie. Denn dort lag Kira. Sie weinte und schrie, während sie dort lag. Ihre Kleidung war feucht, zerrissen und schmutzig. Simon rannte zu Kira, nahm sie in die Arme und weinte. Er konnte nicht glauben, dass sie noch am Leben war. Aber warum war sie so weit draußen im Wald? Der Wolf musste den Unfall beobachtet und das Undenkbare getan haben. Er hatte das Baby aus dem verunglückten Fahrzeug gezogen und es in Sicherheit gebracht. Es muss der Instinkt des Wolfes als Elternteil gewesen sein, das kleine Kind zu beschützen. Simon sah den Wolf an, der langsam den Kopf senkte. Simon konnte sich nie sicher sein, aber es war fast so, als hätte sich der Wolf für seine Freundlichkeit revanchiert, als er ihm eine Mahlzeit angeboten hatte, als er sie am meisten gebraucht hatte. Bevor er den Wald wieder verließ und zu Leona zurückkehrte, flüsterte Simon dem Wolf das Wort Danke zu. Er würde sich nie dafür revanchieren können, aber er würde diese freundliche und unglaubliche Tat ganz sicher nie vergessen. Ebenso unglaublich wie diese Geschichte, ist die von einem Bären, der die Hilferufe eines Mannes nach einem Autounfall hörte. Was dann geschah wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.